Also ich würde das Fahrrad nehmen, denn das Auto stößt viel zu viel CO2 aus. Hör nicht auf die Knalltüte, mit dem Auto bist du doch viel schneller. Außerdem kannst du mit dem Fahrrad Staus umfahren und du tust auch noch etwas für deine Figur. Tch, dafür ist es doch eh schon zu spät. Hey, warum bleibst du denn jetzt stehen? Ist doch klar, dass du den Industrieweg nimmst. Der ist viel einfacher und kürzer. Ähm, entschuldige mal, ich finde es klar, dass du den Waldweg nimmst. Dort ist schließlich die Luft nicht so verpestet. schon drin. Musik Oh, guck mal! Nein, das sind uneingepackte Bio-Tomaten. Besser geht's ja, Olga. Hast du mal auf den Preis geguckt? Die sind doch bedeutend teurer. Außerdem sind die Eingepackten viel praktischer zum Mitnehmen. Hey, sieh! Malbar! Kommst du mal her! Haben die Interesse an eurem Helm? Ja! Die revolutionäre Melone ist nicht aus Plastik. Daher ist er wirklich abbaubar. Und er passt jetzt sogar autonomisch deinen Kopf an. Darf ich mal abgucken? Gerne doch! Passt die an die Wochen? Der passt perfekt! Die nehm ich! Hält das Interesse an deinen zweiten Helm? Nein, ich brauche nur einen. Danke! Das passt so! Servus! Tschüss! Tschüss!